Gratulation, lieber Dieselfahrer! Sie fahren mit dem sparsamsten Antrieb der Welt. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel. Die SVP möchte Ihnen jedoch den Diesel in Zukunft wegnehmen. Denen ist es dabei völlig egal, dass Sie sich ein neues Auto vielleicht gar nicht leisten können und nicht wissen, wie Sie dann morgens zur Arbeit kommen. Stoppen wir diesen Irrsinn. Setzen Sie am 21. Oktober ein Zeichen. Wählen Sie die Freiheitlichen, damit nicht nur Ihr Arbeitsplatz, sondern auch der Weg dorthin gesichert ist. Vielen Dank.